Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Verena Nussbaum. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrtes Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. ÖVP-Regierungsmitglieder behaupten seit dem Sommer 2020 immer wieder, vor allem in den Sommermonaten, die Corona-Pandemie ist schon vorbei. Offensichtlich verschließt die Bundesregierung die Augen vor den Tatsachen und Fakten und handelt, wie wir leider Gottes heute wieder sehen, 14.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Handlungen kommen einfach zu spät. Wir schlittern von einer Infektionswelle in die nächste und man hat so das Gefühl, die Bundesregierung arbeitet immer von einem Moment auf den anderen und denkt aber gar nicht an die Zukunft. Und so ungefähr kommt uns auch das Gesundheitsbudget vor. Wir wissen jetzt, dass in den nächsten zehn Jahren aufgrund von Pensionierungen dringend neue Ärztinnen und Ärzte notwendig sein müssen, um unser Gesundheitssystem, das wir bisher kennen, so sehr gut aufrechterhalten können. Und die Bevölkerung hat ein hohes Vertrauen in unser Gesundheitssystem und vor allem auch in die Sozialversicherung. Weil das Sachleistungsprinzip, dass ich zum Arzt gehe und die Leistungen bekomme, ist ein zentrales Thema in Österreich bei der Gesundheitsversorgung. Jetzt ist es natürlich schon interessant, dass ich die ÖVP daraus manövrieren will bezüglich Leistungsharmonisierungen. Da sagen, na nein, die Zwei-Klassen-Medizin wollten wir eh nie abschaffen, die wollen wir jetzt noch einzementieren, so wie die Abgeordnete Schwarz das gemeint hat, weil nur die ÖGK-Versicherten sollen eine einheitliche Leistung kriegen. Aber die Beamten und die Selbstständigen, na die können schon bessere Leistungen bekommen. Also da denke ich mir schon. Da sieht man wieder die Wertigkeit. Im Endeffekt geht es eben um die Finanzen. Welcher Mensch oder welcher Versicherte ist mehr wert oder weniger wert? Und auch die Patientenmilliarde, die ja sehr groß immer propagiert worden ist, wo wir alles einsparen durch die Sozialversicherungsreform. Wir haben immer gesagt, das ist eine Zerschlagung der Sozialversicherung. Von der hört man gar nichts mehr. Und die war leider ein Märchen, das haben wir von Anfang an gesagt, und das bestätigt sich jetzt auch noch immer, die ist inexistent, diese Milliarde. Und wir könnten sie aber gut gebrauchen im Gesundheitssystem, mehr Geld. Denn was passiert denn mit dem im niedergelassenen Bereich? Immer mehr Ärzte gehen in Pension, ist ja gutes Recht. Das Problem ist aber, dass wir eine Zweiklassengesellschaft jetzt nicht nur in den Leistungen haben, sondern auch Stadt-Land-Gefälle schon das große Problem ist. Dass es Regionen gibt, wo es weder fachärztliche Versorgung gibt, noch kassenverträgliche allgemeinmedizinische Versorgung. Da ist Handlung auch extrem notwendig. Und nicht zu sagen, wir machen Projekte und schauen, wann ist das dann möglich. Aber auch im Spitalsbereich ist es inzwischen dermaßen fünf nach zwölf, um wieder auf diese Aktion von voriger Woche aufmerksam zu machen, da jeder zweite Arzt nach einer Umfrage denkt, auch dem Spital den Rücken zu kehren. Weil Wahlärzte sind ja nach wie vor sehr attraktive Posten, weil da kann ich verlangen, was ich will und kann mir auch mein Leben sehr gut einteilen. Daher bringe ich jetzt den Entschließungsantrag ein der Abgeordneten Kucher, Genossinnen und Genossen betreffend medizinische Versorgungsoffensive. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort ein Maßnahmenpaket umzusetzen, das eine ausreichende medizinische Versorgung der österreichischen Bevölkerung durch insbesondere folgende Inhalte sicherstellt. Verdoppelung der Medizinstudienplätze in Österreich, die daran geknüpft werden, nach Abschluss der Ausbildung im öffentlichen Gesundheitsbereich und oder im Sachleistungsbereich, sprich Kassenvertragsstelle, für eine bestimmte Zeit tätig zu sein. Ausstattung der Universitäten mit den dafür erforderlichen Budgets. Kassenverträge für alle Ärztinnen, die einen Vertrag wollen. Aufwertung der Hausärztinnen. Weniger Belastung von Spitalsärztinnen, zum Beispiel durch Delegierung von Tätigkeiten an das Gesundheitspersonal und Schaffung besserer Arbeitsbedingungen. Dankeschön. Applaus